So, also so wahnsinnig weit sind wir nicht gekommen, weil uns nämlich noch was eingefallen ist, besser gesagt dir. Was haben wir denn hier noch stehen? Ja, das ist die APC Mini, also auch ein kleiner Bruder von der APC 40. Hat eine 8x8 RGB-Matrix mit den Launch-Buttons hier und hat pro Kanalzug noch einen Fader, der auch zuweisbar ist für Volume, Panorama, Sense oder irgendwas anderes, was man will. Klein, handlich, auch USB-powered. Das Besondere an dem Ding ist, kostet UVP 119, Straßenpreis wahrscheinlich 99. Auch wieder Knaller, würde ich sagen. Also auch die Geschwister, die Nachzügler in der Familie, sag ich mal, die wissen doch durchaus zu überzeugen, auch wenn sie jetzt nicht ganz so groß geraten sind, aber dafür wissen sie dann sicherlich auch dem einen oder anderen spezielleren Lifehack, der vielleicht einen Spezialisten sucht von der Ansteuerung, vom Triggerverhalten für Ableton oder auch Lichtsteuerung. Auch im Sommer, darfst du mich raten? Auch im Sommer richtig, sehr gut. Okay, aber jetzt sind wir durch. Ja. Alles klar, Jochen, ich bedanke mich bei dir und weiter geht's. Vielen Dank auch. Ja. Ja. Jetzt mal reden Sie. Ja. incredibly, sicher nicht. astic Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.